Tja, was soll man nach dem Ostermarkt dazu sagen, was wir hier geboten bekommen? Der DAX aktuell ein bisschen unentschlossen, was den Markt, die Bewegung jetzt aktuell angeht. Wir sehen, dass wir hier so ein halbes Rumeiern haben nach Ostern. Also ein bisschen tiefer öffnet, dann ein bisschen zur Seite, immer wieder hin und her. Ziemlich stark schwankend, das heißt die Marktteilnehmer haben ehrlich gesagt genauso wenig planen wie ich. Was als nächstes passiert, man ist nicht bereit sich festzulegen für eine Richtung. Und wenn die anderen Marktteilnehmer das nicht tun, werde ich den Teufel tun, das anders zu tun. Also vorläufig abwarten angesagt. Ich hatte es hier angedeutet, wir haben zumindest mal eine ganz gute Chance, dass wir im Umfeld jetzt hier dieser Cluster Marke, also ungefähr da wo wir sind, das muss ich gar nicht groß machen, hier in der Einstellung ungefähr auf den aktuellen Niveaus, haben wir eine Chance, dass wir zumindest mal wieder hochgehen, so halbe Strecke hier 14.400, irgendwie sowas. Würde mich überhaupt nicht wundern. Aber bei der Begeisterung, die aktuell von den Marktteilnehmern ausgeht, dann doch eher nicht wirklich überzeugend. Wie sieht es bei den Amerikanern aus? Wir wissen, dass die Amerikaner ja gestern noch unterwegs waren. Wir haben uns das mal angeschaut, was gestern fabriziert wurde. Also 18., das war noch 14. vorher, 18. ging es dann erstmal hin und her und genau so dieses hin und her. Das sieht so aus, wenn in Japan Erdbeben ist, da ist einfach nur so ein bisschen seismografischer Ausschlag. Das heißt, nicht so richtig eine Richtungsentscheidung ist da gegeben. Überhaupt nicht. Das heißt, die ganzen Ambitionen hier führen nach oben. Das ist also jetzt noch keine Ankündigung, dass das passiert und keine Garantie, dass es jetzt vor allen Dingen passiert. Aber es wäre durchaus nicht untypisch nach dem Gefuddel, was wir hier, diese Abwärtsbewegung hatten. Wäre das, was wir hier haben, ich mache es nochmal groß, viele wünschen sich das immer, damit man es vom Smartphone auch besser erkennen kann. Also das wünscht man sich, dass man hier jetzt irgendwie was rauslesen soll. Ja, aber was? Um Himmelswellen. Was? Für diejenigen, die jetzt nachmittags unterwegs sind, gibt es aber trotzdem etwas, was man tun kann. Und zwar sehr vereinfacht gesprochen. Einfach zu gucken, was ist so die letzte starke Bewegung und was ist die schwache. Wir können das hier mal im ganz Kleinen nochmal gucken, so im 15-Minuten-Chart beispielsweise. Dann sieht man, dass wir hier so dieses klassische 1, 2, 3, 4, 5 dann sehr stark wackelnd nach unten hatten. Das erzähle ich euch jetzt nicht im Fünfwegen. Guckt mal, wie schlau ich bin. Aber genau, also das ist natürlich jetzt Historie, aber genau so sieht das klassischerweise aus, wenn der Kurs anschließend nochmal nach oben geht. Und da können wir eine kurze Leereinheit dazwischen schieben nochmal, denn manch einer schielt jetzt hier an den Rand. Aber war das nicht hier genau so, dass das hier so eine A, B, C und das der Bruch führt nach oben? Ja, dieses Muster per se schon. Jetzt ist die erste Frage. Müssen wir mit dem Gleichen rechnen? Ja, ist er hier ja auch gemacht. Ja, allerdings kam der Kurs hier von oben. Das ist also ein echtes Tief. Jetzt zoomen wir mal hier raus. Doch, der Kurs kam hier auch von oben. Das heißt, meine Erwartungshaltung wäre hier tatsächlich, dass der Kurs das macht. Ja, da sieht man mal, ja, überhaupt nicht verlässlich das Ganze. Das klappt ja gar nicht immer. Das ist völlig richtig. Also, wer an dieser Stelle gesagt hat, Mensch Rüdiger, jetzt hören wir doch mal einmal auf den Typen hier mit ohne Haare. An der Stelle long mit der Erwartungshaltung, dass der Kurs da oben hingeht. Das erzählt er uns immer. Ganz genau. Zwei Sachen, die man anmerken muss. Punkt 1 ist, wenn er da oben hinkommt, was wäre der Einstieg? Der wäre ja dann hier. Und was wäre der Ausstieg? Naja, streng genommen eigentlich, wir wollen ja dann keine fallenden Tiefs mehr. Das heißt, wenn wir das hier überwinden, dann können wir den Stopp hier hinlegen. Dann seht ihr CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, ist entsprechend gut. Das heißt, ich erwarte gar nicht, dass das immer klappt. Aber wenn es funktioniert, verdiene ich in etwa so viel. Wenn es nicht klappt, verliere ich in etwa so viel. Da muss ich sagen, okay, das scheint wohl in Ordnung zu sein. Ein weiteres Indiz, was man immer noch mal im Hinterkopf haben sollte, messt die dynamische Bewegung, diesen Anstieg. Und idealtypischerweise, wenn ihr diese 1-zu-1-Projektion haben wollt, sollte der Kurs erstmal hier reinfallen. Warum? Oder zumindest mal in die Nähe kommen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist doch nicht die Nähe. Und ich habe jetzt schon tiefer gezeichnet, als er in Wirklichkeit war. Also insofern ist das kein guter Einstieg. Also für Long grundsätzlich schon, aber nicht mit der Erwartungshaltung, dass das ewig läuft. Das heißt, wer dann hier versucht reinzukommen, muss auch relativ schnell den Stopp auf Einstieg nachziehen. Denn ihr müsst damit rechnen, dass diese Bewegung eben unbekannt ist, wie weit die läuft. Die hätte auch noch 10 Mal länger gehen können. Aber eben auch nur das Überschießen, das ist ebenfalls ganz typisch. Also ihr seht, die Tücke steckt da manchmal im Detail. Ich will es euch aber trotzdem mitgeben. Aber für die, das jetzt alles zu mühsam ist, zu komplex, könnt ihr euch ganz einfach mal merken, wenn ihr eine Bewegung nach oben habt und ihr sagt, naja, wenn es dann schon wackelig runter geht, ist ja der erste Test, der erste Schnelltest mal, geht es in etwa in diese Zone rein. Zu tief finde ich auch nicht schön, aber ein bisschen drüber, ein bisschen drunter ist schon mal gar nicht so schlecht. Punkt 2 ist, es sollte wackelig sein. Das heißt entweder A, B, C oder aber mit Kursüberschneidung. Das haben wir hier. Dann wäre das ein möglicher Trigger. Und das dritte ist, das wäre etwas als Fortsetzung hier nach oben. Das heißt, dass sich der Kurs dann zumindest noch mal bis dahin in etwa bewegt. Ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Wie weit ist er gelaufen? Ja, er ist höher gelaufen, sogar deutlich. Und ja auch noch viel steiler als die Bewegung. So, das ist jetzt kalter Kaffee, den ich euch jetzt im Nachhinein zeige. Aber daran seht ihr schon mal, wie das ungefähr aussehen muss. Und wenn wir sowas im Laufe des Tages noch mal wieder sehen, in kleineren Ebenen, Minutenschart, 5 Minuten, 15, spielt gar keine Rolle. Und in welchem Markt spielt ebenfalls keine Rolle. Dann habt ihr eine Orientierung, wie ihr euch da vorgeblich, oder welche Richtung ihr da vorgeben wollt. Das betrifft natürlich alle Märkte, sowohl die aktuelle Zögerlichkeit. Ihr seht also das ewige Hin und Her. Und ihr seht, in diesem Moment sind die Ausschläge in beide Richtungen ziemlich ähnlich. Da hat sich der Markt offensichtlich nicht festlegen wollen, was das angeht. Wir können mal im 15-Minuten-Chart, ja, da sieht man so ein bisschen, das Bild ist allerdings schöner auf dem Dow Jones gewesen, weil die Korrektur da etwas deutlicher ist. Aber ihr seht schon, das ist etwas, was wir dann heute Nachmittag brauchen. Das ist die Pflichtaufgabe des Marktes, um mich reinzuziehen in einen Trade, dass er irgendwo mal eine starke Bewegung macht, die möglichst unterscheidbar ist von der Gegenbewegung. Nicht so, wie wir es hier haben, wo wir sagen, es geht ja noch steiler wieder runter, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also wer jetzt wirklich gesagt hat, da gehe ich noch mal short, okay, auch hier ist es nicht die erste Bewegung. Wir hatten vorher schon, also wie tief es weiterfällt, wissen wir nicht. Aber zumindest mal eher in die Richtung. Wohlgemerkt muss man allerdings sagen, richtig überschneidend ist das auch nicht. Also ebenfalls keine Trading-Situation. Was eventuell spannend wird, und ich hatte am Wochenende dazu, beziehungsweise am Ostermontag war das, ein Video zu Rohöl gezeigt. Deshalb will ich es nur im Kurzen nochmal. Schaut euch das gerne, gerne nochmal an. Ihr habt ja die Links gesehen dazu, habt ihr zugeschickt bekommen. Nehme ich mal an, dass ihr das dann auch gelesen habt oder gesehen habt, das Video nicht gelesen, sondern das Video gesehen habt. Jetzt haben wir das, was ich angedeutet habe, in der ersten Instanz. Das heißt, das ist der erste Teil, das könnte jetzt schon der zweite, oder der erste Teil der Korrektur, der zweiten Welle sein hier, wenn es denn so aussieht, hervorragend. Aber mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen. Ich will mich ja nicht wiederholen von dem Video. Aber ihr seht schon, dieser erste Teil, das sieht so ein bisschen danach aus, als ob es das werden könnte. Achtet mal da drauf, ob es das jetzt wird, was ich da angekündigt hatte. Aber das als kleiner Eyecatcher dazu. Letzter Abschluss nochmal auf den Kurs von Henry Hub, also vom Erdgas. Der ist ebenfalls im Moment stark auf der Abwärtsseite unterwegs. Wir sollten also im Auge behalten, ob wir in den nächsten Stunden mal wackelig nach oben kommen. Dann hätten wir zumindest mal das hier als eine Fortsetzung nochmal, wie man das misst. Das haben wir jetzt mehrmals uns angeschaut. Also einmal noch in groß, aber viel mehr sieht man hier auch nicht. Denn es kommt mir nicht darauf an, dass ich bitte jetzt nicht mitnehmen. Er sagt jetzt, es steigt. Das weiß ich nicht. Irgendwann wird das passieren. Kann auch sein, dass er erst noch bis hier runterfällt. Also erst nochmal hier eine Fortsetzung macht und dann erst steigt. Na gut, macht ja nichts. Dann ist die halt etwas länger. Dann wird auch hinten das Rum ein bisschen länger sein. Also es ist nicht die Aussage, dass das jetzt passiert. Die Aussage ist, früher oder später wird er wohl eher wackelig in diese Richtung kommen. Und wenn wir Pech haben, macht er es mal nicht wackelig. Der Profi wird vielleicht sagen, wieso, ist doch auch eine Double Side Race. Aber wer das nicht, oder ein Flat, sowas in der Richtung. Wer das nicht erkennen kann als eine Korrektur, dann lasst das weg. Und sagt, wenn er es wieder schön macht, also schön hässlich sozusagen, oder A, B, C. Dann kann ich sagen, da mische ich jetzt wieder mit. Also A, B, C ist etwas. Das sollte es sein. Oder halt irgendwie wackelig in die Gegenrichtung. Dann kann man auch sagen, na vorher stark, hinten stark. Also im Moment gefällt mir fast der Energiemarkt besser. Denn da scheinen die Meinungen schon klarer zu sein als die Aktienindizes. Trotzdem, der Blick gilt natürlich auf alle Märkte. Macht es genauso. Wenn ihr Spaß daran habt, schaut das euch ebenfalls nochmal an. in eurer Lieblingszeiteinheit und natürlich auch euren Lieblingsmarkt. Ansonsten euch alles Gute und liebe Grüße. Bis zum nächsten Beitrag.